Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Flask. Heute wieder mal mit einer Nutzerfrage und zwar wie deployt man eigentlich eine Flask App richtig? Denn hier steht ja offensichtlich dabei, man soll einen Production WSGI Server benutzen und nicht einfach nur hier so das Ganze eben starten. Und das kann man tatsächlich auch machen, das ist eigentlich gar kein so großes Problem. Was man dazu allerdings braucht, ist ein Unix System. Das heißt, wir werden Gunicorn oder Green Unicorn verwenden, um das ganze Ding zu starten. Und ja, das existiert erstmal nicht für Windows Systeme. Das bedeutet aber für ein Deployment ist das eigentlich nicht schlimm. In den Normalfällen hat man eigentlich einen Linux Server und man kann natürlich auch Docker verwenden und dort drüber dann Gunicorn laufen lassen. Und all das ist auf einer Unix Struktur. Das heißt, man hat normalerweise, wie gesagt, Gunicorn auf einem Unix System. Und deswegen wird auch hier nur Unix unterstützt. So, dazu gehen wir erstmal ins Terminal von eurem jeweiligen Linux, Unix, Whatever System und installieren dort mit eurem jeweiligen Systembefehl. Also ich weiß nicht genau, welches System ihr verwendet. Also bei mir ist es Arch Linux. In meinem Fall mache ich einfach ein sudo pacman-s Gunicorn. Und ja, unter anderen Systemen kann das gut sein, dass ihr hier apt-get verwendet. Das wird sogar wahrscheinlich häufiger sein, apt-get. Und anschließend install Gunicorn. Das funktioniert genauso. Und in manchen Fällen, falls das bei euch nicht funktioniert hat, könnt ihr das Ganze auch über pip installieren. Das heißt, wir können auch hier das Ganze als pip-Modul pip install Gunicorn machen. Aber wie gesagt, ich würde es eigentlich eher über den offiziellen Paketmanager empfehlen. Also nicht über pip. Das heißt, entweder über pacman oder apt-get. Aber wenn diese beiden Methoden nicht für euch funktionieren, dann benutzt bitte pip, sodass es bei euch installiert ist. So, und jetzt können wir hierher gehen und können das Ganze erstmal testen. Indem wir Gunicorn-V eingeben. Und anschließend bekommen wir hier die Version ausgegeben. Bitte achtet auch darauf, dass Gunicorn bei euch immer upgedatet ist. Das Ding ist ein Server quasi. Das heißt, wenn es eine Schwachstelle darin gibt, dann ist das ziemlich kritisch. Und dementsprechend muss es natürlich auch geupdatet werden. So, und ja, anschließend können wir hier eigentlich schon unsere App deployen. Das heißt, wir gucken erstmal nach, ist das Ding auch wirklich da drin, wo wir es haben wollen. In unserem Fall ist es die Flast.jwt-App, die wir im letzten Video geschrieben haben. Und die wollen wir natürlich dann deployen. Und zwar über Gunicorn. Und ja, jetzt müssen wir auswählen, was wir starten wollen. Und das bedeutet, wir geben hier ein Gunicorn. Und anschließend eure App. Und das heißt, in eurem Fall oder in meinem Fall jetzt den Namen dieser Datei hier, also Flast.jwt. Achtung, ohne Pi hinten dran. Den Namen dieser Datei. Und dann Doppelpunkt und dann so, wie ihr die App hier drin genannt habt. Das heißt, das Ding heißt bei mir hier App. Ich habe das Ding gestartet über App.run. Das wird bei euch höchstwahrscheinlich genauso sein. Also möchte ich das ganze Ding auch über die App starten. Das heißt, wir müssen hier wirklich angeben, wie das Teilchen heißt. Und dann können wir es starten. So, und jetzt öffnet sich hier der Web-Server. Und er sagt hier Listening at HTTP 127.001, also Localhost, auf Port 8000. Das ist völlig fein für meine Verhältnisse oder für meine Anwendungszwecke hier gerade. Aber, und das ist jetzt ein großer Punkt, ihr könnt natürlich Gunicorn noch hart customisen. Das heißt, hier kann man wirklich sehr, sehr viel einstellen. Ihr findet die Hilfe unter Gunicorn-H. All das durchzugehen, ist jetzt vielleicht ein bisschen viel für dieses eine Video hier. Was ich euch aber definitiv empfehlen würde, ist vielleicht die Worker-Anzahl anzugeben. Die Seite oder halt genau den Port anzugeben, wo man das ganze Ding hosten möchte. Und das geht relativ einfach. Ich nehme jetzt hier einfach mal diesen Befehl hier wieder. Über Gunicorn Flask.jwt App starten wir das Ganze normal. Aber mit minus W und dann der Anzahl an Workern kann ich zum Beispiel angeben, wie viele Worker gleichzeitig meiner Website serven wollen. Das heißt, wie viele Leute ich gleichzeitig verarbeiten kann. Und mit minus B kann ich auch noch angeben, wo das ganze Ding gehostet werden soll. Das heißt 127.001. Das ist okay. Das ist der Localhost. Da brauchen wir das Ding auch. Aber wir wollen es zum Beispiel auf Port 1337 haben. Weil wir immer alles auf 1337 hosten wollen. Und wenn wir das jetzt so starten, dann sehen wir hier, okay, jetzt wird auch mein Server auf 127.001 Port 1337 gestartet. Und eben mit vier Workern. Das heißt, wir haben hier Booting Worker with Pit. Das heißt vier Prozesse. Also es sind wirklich eigene Prozesse. Es sind keine Threads. Es sind Prozesse, die das ganze Ding dann handeln können. Und ja, nicht nur eben einer, wie wir das hier oben hatten. Über der Hilfe haben wir es gestartet. Hier sehen wir Booting Worker with Pit. Und dann nur noch einer. Das heißt, wir haben hier tatsächlich nur einen Worker gestartet. Und wir haben das ganze Ding auf Port 8000 gestartet. Hier unten haben wir jetzt eben vier Worker. Und auf Port 1337 das Ganze gestartet. Wenn ihr mehr Optionen haben wollt, einfach mal hier die Hilfe durchlesen. Die ist wirklich sehr, sehr aussagekräftig. Ich denke, das ist durchaus machbar. Fällt allerdings jetzt hier außerhalb des Scopes, würde ich mal so behaupten, von diesem Video. Das muss einfach nicht sein. Das ist relativ einfach zu machen. So, okay. Jetzt unterbreche ich das ganze Ding hier wieder. Dann sehen wir hier dieses Shutting Down Master. Und ja, natürlich geht das auch mit Docker. Natürlich geht das auch über die ganzen anderen Mittel und Wege, wie ihr eure Apps auf eurem Server hosten wollt. Aber eben nur auf Linux bzw. Unix System. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur fürs Deployment. Das heißt, wenn ihr unter Windows entwickelt, ist das überhaupt kein Problem. Macht das weiterhin und auf eurem Server dann einfach Gunikon installieren. Der Server wird auf, in 99% der Fälle wird euer Server wahrscheinlich auf Unix basieren. Und dann ist das auch wieder kein Thema. Okay, das war es von meiner Seite. Vielen Dank für den Vorschlag hier nochmal. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.